Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen mystisch-magischen Traumreise zum Einschlafen. Mein Name ist Marco Neumann und ich freue mich, dich wieder in die Welt des Ozeans der ewigen Stille einladen zu dürfen. Wenn du den ersten Teil mit der geheimnisvollen Unterwasserwelt Lyrona noch nicht kennen solltest, ich habe ihn dir in der Videobeschreibung verlinkt. Du kannst die Teile aber auch völlig unabhängig voneinander in beliebiger Reihenfolge schauen bzw. hören. In der heutigen Geschichte lernst du das Schiff der Sternenfahrer kennen. Ein wundersames Gefährt, das die Grenzen zwischen Realität und Fantasie überschreitet. Der Ozean der ewigen Stille mit seiner tiefen, beruhigenden Präsenz wird dir eine Geschichte erzählen, die dich weit über die glitzernde Wasseroberfläche hinaus zu den Sternen und in die unendlichen Weiten des Kosmos trägt. Setz dich bequem hin oder lege dich hin. Schließe deine Augen und atme tief durch. Lass den Tag hinter dir und mach dich bereit, in eine Welt der Entspannung und des inneren Friedens einzutauchen. Wir werden nun gemeinsam von 10 bis 0 zählen und mit jeder Zahl wirst du dich tiefer und tiefer entspannen. 10 Spüre, wie mit jedem Atemzug dein Körper und dein Geist zur Ruhe kommen. 9 Erlaube all deinen Sorgen und Gedanken langsam zu schweben, weit weg von dir selbst. 8 Spüre, wie eine Welle der Ruhe von deinen Füßen aufsteigt und dich langsam erfüllt. 7 Mit jedem Atemzug Mit dem Ausatmen versinkst du tiefer in Entspannung und Ruhe. Mit dem Ausatmen versinkst du tiefer in Entspannung und Ruhe. 8 Mit dem Ausatmen versinkst du tiefer in Entspannung und Ruhe. 06 6. Dein Atem wird ruhiger, gleichmäßiger, ein zarter Fluss von innen nach außen und von außen nach innen. 5. Spüre, wie sich deine Muskeln entspannen, wie sich jede Anspannung löst. 4. Du bist jetzt, ganz in diesem Moment. 5. Wie in einer Blase der Stille. 3. Du bist fest. 4. Du bist fast am Ziel, in einem Zustand vollkommener Ruhe. 5. Zwei. 5. Lass dich fallen in die sanft wiegenden Arme des Ozeans der ewigen Stille. 1. 5. Du bist jetzt völlig entspannt, bereit, dich auf die Geschichte einzulassen. 5. Null. 6. Du hast das Ufer des Ozeans der ewigen Stille erreicht, eine Welt des Friedens und der Wunder. 6. Jetzt bist du ganz entspannt und wir beginnen mit unserer Geschichte vom Schiff der Sternenfahrer. 7. Lass dich von den Wellen des Ozeans in eine Welt der Sterne und Träume tragen. 7. In der ruhigen Umarmung der Nacht, wenn die Welt in einen sanften Schlaf versinkt, 7. Und der Ozean der ewigen Stille seine geheimnisvollen Wellen wie zarte Melodien an den Ufern deiner Träume ausbreitet, 8. Entfaltet sich eine Geschichte, die so einzigartig und persönlich ist, als wäre sie nur für dich geschrieben. 9. Unter einem Himmel, der nicht nur schwarz ist, sondern ein tiefes, beruhigendes Blau trägt, 10. Übersät mit Sternen, die wie Diamanten auf einem dunklen Samttuch funkeln, 10. Wirst du zu einem außergewöhnlichen Abenteuer eingeladen. 10. Du spürst die leichte Brise des Meeres, 11. Die wie eine zärtliche Berührung über deine Haut streicht. 11. Und du hörst das leise Flüstern des Windes, 12. Der Geschichten aus fernen Welten mit sich trägt. 12. Der Ozean selbst, 13. Ein altes und weises Wesen, dessen Stimme so tief und beruhigend ist, 13. Wie das Flüstern des Meeresgrundes, spricht direkt zu dir. 14. Er spricht in einem Rhythmus, der das Herz berührt 14. Und die Seele zum Schwingen bringt 15. Und erzählt vom Schiff der Sternenfahrer. 15. Es ist, als kämen die Sterne näher, um zuzuhören, 15. Während der Ozean seine geheimnisvolle Geschichte flüstert. 16. Die Nacht um dich herum erwacht zum Leben, 17. Erfüllt von der Magie und der Möglichkeiten, die auf dich warten. 17. Du fühlst dich wie in eine andere Welt versetzt, 18. Eine Welt, in der Träume wahr werden können 18. Du bist bereit, dieses Schiff zu besteigen 18. Und dich auf eine Reise zu begeben, 19. Die nicht nur den Horizont deiner Augen, 19. Sondern auch den deines Herzens erweitern wird. 19. In dieser besonderen Nacht, in der die Zeit selbst zu schweben scheint 19. Und die Welt um dich herum in einer magischen Stille verharrt, 20. Taucht am fernen Horizont eine Silhouette auf. 20. Es ist ein majestätisches Schiff, 22. Dessen imposante Gestalt sich langsam aus dem Dunkel des Nachthimmels erhebt. 21. Seine Segel, so groß und prächtig, 22. Fangen das silberne Licht des Mondes ein, 22. Seine Segel, so groß und prächtig, 23. Und funkeln wie ein Schwarm heller Sterne. 23. Der Rumpf des Schiffes, elegant und stark, 24. Tanzt sanft im Rhythmus der Wellen, 25. Wie in einem alten Tanz mit dem Meer. 25. Während du dort am Ufer stehst, 25. Umhüllt von der warmen, salzigen Meeresbrise, 26. Die deine Haut streichelt und dein Haar umspielt, 26. Erreich dich eine Stimme. 26. Sie ist so klar und rein, 27. Als spräche das Wasser selbst mit dir. 27. Komm, steig ein und entdecke die Geheimnisse des Kosmos, 28. Flüstert sie verführerisch. 28. Mit jedem Wort spürst du, 29. Wie Vorfreude und Neugier in dir wachsen 29. Und mit entschlossenen Schritten näherst du dich dem Schiff. 29. Kaum berührt dein Fuß das Deck des Sternenschiffs, 30. Es beginnt eine wundersame Verwandlung. 30. Es ist, als würde das Schiff unter dir zum Leben erwachen. 31. Als würde jedes Holzstück, 31. Jede Planke und jedes gespannte Seil 31. Eine eigene, geheimnisvolle Geschichte erzählen. 31. Die Atmosphäre ist elektrisierend, 32. Erfüllt von einer Energie, 32. Die gleichzeitig uralt und erfrischend neu ist. 32. Die Schiffsmannschaft, die dich empfängt, 33. Ist ein Kaleidoskop von Wesen, 34. So vielfältig und wunderbar wie die Sterne am Himmel. 33. Jedes von ihnen strahlt eine einzigartige Aura aus, 34. Und ihr Lächeln ist so warm und einladend, 35. Als würde es das Licht ferner Sonnen in sich tragen. 35. Sie wirken wie Botschafter aus unbekannten Welten. 35. Jeder mit seiner eigenen faszinierenden Geschichte, 36. Stelle dir Sie sich mareen anwListen, 36. Stelle dir diese Wesen vor deinem inneren Auge vor. 37. Ciao. In diesem Moment an Bord dieses fabelhaften Schiffes fühlst du dich bereit, die Geheimnisse des Universums zu erforschen, begleitet von diesen Sternenfahrern, die dich auf eine Reise jenseits deiner kühnsten Träume mitnehmen werden. Das Schiff voller Leben und vibrierender Energie nimmt langsam Fahrt auf. Du spürst, wie es sich mit einem behutsamen Impuls aus der Umklammerung des Meeres der Stille löst, als verabschiede es sich von einem alten Vertrauten. Das leise Plätschern der Wellen gegen den Rumpf verstummt allmählich und eine tiefe, fast greifbare Stille breitet sich um dich aus. und eine tiefe, fast greifbare Stille löst. Das leise Plätschern der Wellen gegen den Rumpf Unter deinen Füßen fühlt sich das Deck des Schiffes stabil und sicher an, obwohl du spürst, wie sich das Schiff in die Höhe begibt und im offenen Himmel entgegenstrebt. gesagt, Vielen Dank. Vor dir öffnet sich ein Tor zu einer anderen Existenz, ein Portal, majestätisch, pulsierend mit Azurblauem und smaragdgrünem Licht, das in der Nacht funkelt und leuchtet. Es ist nicht einfach ein Durchgang, sondern ein Kunstwerk aus lebendigen Mustern und funkelnden, sternenähnlichen Punkten, die sich zu einem komplexen Netz leuchtender Pfade verweben. Im Zentrum des Portals tanzt das Licht, wie von Geisterhand geführt, in einem hypnotisierenden Rhythmus, der den Takt für den Durchgang vorgibt. Mit einer Anmut, die nur einem Meisterwerk der Natur entspringen kann, bewegt sich das Schiff direkt auf das Portal zu. Während ihr euch nähert, hüllt das magische Licht des Portals das Deck ein und reflektiert sich auf dem Wasser unter euch, als würdet ihr über einen Spiegel aus Licht gleiten. Du spürst einen leichten Ruck, als das Schiff durch das Portal fährt. Es ist, als würde ein zarter Schleier durchbrochen, der dir einen Schauer der Erwartung über den Rücken jagt. Hinter dem Portal, in einem Augenblick, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt. findest du dich schwebend im Himmel wieder. Der Himmel um dich herum wechselt seine Farben in einem noch lebendigeren Spektrum. Von einem tiefen Nachtblau zu einem Violett, das die Farben des Portals widerspiegelt. und schließlich zu einem zarten Rosa, das die Weite des Weltraums ankündigt. Die Sterne grüßen dich wie alte Freunde. Ihre Leuchtkraft wird durch die Mystik des Portals verstärkt, das hinter dir langsam zu verblassen beginnt. Als wärst du durch ein Traumbild in eine neue Existenz gereist. Du spürst, wie jede Faser deines Seins von dieser Erfahrung berührt wird. Dein Atem wird tiefer und ruhiger, als ob er sich dem ruhigen Rhythmus des Kosmos anpasst. Dein Herzschlag, der zuvor deutlich war. Dein Herzschlag, der zuvor deutlich zu hören war, wird leiser, ruhiger, fast wie eine sanfte Melodie, die im Einklang mit den Sternen schlägt. Dein Herzschlag, der zuvor deutlich zu verblendemt. Dein Herzschlag, der zuvor deutlich von der Übermacht, die an der Leuchtkraft aus einem Sternen schlägert. Die Sorgen und Spannungen des Alltags scheinen von dir abzufallen, als würdest du sie in den unendlichen Raum hinaussenden. Das Schiff, nun vollständig von Sternen umgeben, gleitet mit einer fast unwirklichen Eleganz und Anmut durch den Kosmos. Du blickst in die Tiefen des Weltalls, siehst Galaxien und Nebel, Sterne, die in den schönsten Farben leuchten und du fühlst dich als Teil dieses unglaublichen Universums. Das Schiff, nun vollständig von der Somms. Mit jedem Atemzug versinkst du tiefer in einen Zustand vollkommener Entspannung und ein Gefühl von Frieden und Gelassenheit durchströmt dich. In dieser unendlichen Stille des Weltraums. Umgeben von der majestätischen Schönheit des Kosmos, entfaltet sich vor deinen Augen ein atemberaubendes Panorama. Du befindest dich nun in einer Umgebung, die sich grundlegend von allem unterscheidet, was du bisher erlebt hast. Der Raum um dich herum ist nicht einfach leer. Er ist angefüllt mit einer unendlichen Vielfalt an Wundern und Schönheiten. Du siehst ferne Galaxien, deren Spiralarme sich wie kosmische Wirbel ausbreiten und in einem Kaleidoskop von Farben leuchten. Zartes Blau, leuchtendes Pink, strahlendes Gold und tiefes Violett. Jede Galaxie, ein eigenes Universum voller Geschichten und Geheimnisse, funkelt wie ein Juwel in der unendlichen Dunkelheit. Neben den Galaxien siehst du Nebel, riesige Wolken aus Gas und Staub, die in den unterschiedlichsten Formen schweben. Manche wirken wie zarte Schleier, die sanft im kosmischen Wind wehen. Andere wie gewaltige Türme oder bizarre Skulpturen, durchzogen von leuchtenden Adern, die von neugeborenen Sternen zum Leben erweckt werden. Nimm dir einen Moment Zeit und male dir diese wunderbare Umgebung genau aus. Nimm dir einen Moment. 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 In dieser majestätischen Szenerie ziehen glitzernde Sternschnuppen über den Himmel und hinterlassen leuchtende Spuren, die für einen flüchtigen Moment den Raum erhellen, bevor sie in der Unendlichkeit verschwinden. Planeten von winzigen Gesteinsbrocken bis zu gigantischen Gasriesen umkreisen ferne Sonnen. Jeder ein Geheimnis für sich. Eine Welt, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Diese visuelle Sinfonie des Kosmos hat eine beruhigende, fast hypnotische Wirkung. Du spürst, wie alle Sorgen, Stress und Anspannung von dir abfallen und von der unendlichen Stille des Weltraums aufgesogen werden. Die Schönheit und Ruhe des Kosmos wirkt wie eine sanfte, beruhigende Melodie, die deinen Geist besänftigt und deine Seele nährt. Das tiefe Schwarz des Weltalls, durchsetzt von den unzähligen Lichtern der Sterne, erinnert uns daran, wie unendlich groß und friedlich das Universum ist. Du schwebst in einem Meer der Stille, umgeben von der unendlichen Ruhe und Gelassenheit des Kosmos. Jeder Atemzug, den du nimmst, ist ein Atemzug der Ruhe, der Harmonie. Und mit jedem Atemzug fühlst du dich entspannter, gelassener und friedvoller. Und mit jedem Atemzug. Und mit jedem Atemzug. Und mit jedem Atemzug. Du bist nun ein Teil des Universums, ein Teil seiner unendlichen Ruhe und der Schönheit und der Sterne. Du findest einen Raum der Stille und des inneren Friedens. Hier, weit weg von der Erde, in der Umarmung des unendlichen Universums, fühlst du dich eins mit allem um dich herum. Du bist jetzt vollkommen entspannt, in vollkommener Harmonie mit dir selbst. Du bist jetzt und im Kosmos. Deine Reise mit dem Schiff der Sternenfahrer hat dich nicht nur durch das Weltall geführt, sondern auch an einen Ort tiefer innerer Ruhe. Und mit jedem Atemzug. Und mit jedem Atemzug. Das lenker ins Ausmlühen. Und mit jedem Atemzug. Ohne Lösen. durch den Kosmos gleitest, umgeben von der majestätischen Stille des Universums, beginnst du ein Gefühl der Schwerelosigkeit zu erleben. Du schwebst in einer Trance-ähnlichen Ruhe, eingehüllt in die sanfte Dunkelheit des Weltraums. Deine Augenlider werden schwerer, und obwohl du dich bemühst, sie offen zu halten, um die unendliche Pracht des Sternenhimmels zu bewundern, breitet sich eine angenehme Müdigkeit in dir aus. Diese leise Welle der Müdigkeit führt dich tiefer in einen Zustand der Entspannung, indem du dich vollkommen sicher und geborgen fühlst. Die Sterne und Galaxien um dich herum beginnen sanft zu verschwimmen. Ihre Farben und Lichter verwandeln sich in ein beruhigendes, fließendes Muster. Dein Atem wird ruhig und gleichmäßig. Im Einklang mit dem Rhythmus des Universums. Die Somms. Die Somms. Die Somms. Die Somms. Die Somms. Dein Atmen führt dich tiefer in die Entspannung. Jedes Ausatmen macht dich müder. Das Schiff der Sternenfahrer beginnt nun seine sanfte Rückreise zum Ozean der ewigen Stille. Du spürst, wie du sanft durch die Schichten des Himmels gleitest, zurück in die vertraute und beruhigende Dunkelheit der Nacht. Der Kosmos verabschiedet sich von dir mit einem letzten Funkeln der Sterne. Als das Schiff leise und sicher auf der glatten Oberfläche des Ozeans aufsetzt. Zurück am Ufer des Ozeans. Der Sanz der ewigen Stille, wo immer noch tiefe Nacht herrscht, erwartet dich ein bequemer Schaukelstuhl. Du setzt dich hinein und spürst, wie der Stuhl sanft vor- und zurückschaukelt, ganz im Einklang mit dem leisen Rauschen der Wellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit jedem Schaukeln fühlst du dich entspannter, die Müdigkeit übermannt dich und deine Augen werden immer schwerer. Du schließt die Augen und gibst dich der Sehnsucht nach Schlafhänden. Der Schaukelstuhl wiegt dich weiter in einen tiefen friedlichen Schlaf, synchron mit dem sanften Rhythmus des Meeres. Mit jedem Schlafhänden Du atmest tief ein und aus und mit jedem Atemzug versinkst du tiefer in den Schlaf. Umgeben von der umarmenden Dunkelheit der Nacht und dem beruhigenden Rauschen des Meeres. Die Schlafhänden In diesem tiefen, erholsamen Schlaf, getragen von den weichen Wellen des Meeres und umhüllt von der unendlichen Ruhe des Universums, findest du Frieden und Entspannung. Gute Nacht. 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 Gute Nacht.